Herzlich willkommen bei Plan C. Ich bin wieder unterwegs mit der Tengai auf der Suche nach ein Lost Place und ich habe auch schon eines gefunden. Das Problem ist bloß, ich komme nicht hin. Hier vorne ist ein ganz kleines, da ist aber auch nichts drin und hier ist ein Graben zu tief um durchzulaufen, zu breit um rüber zu springen und da ist ein großes Lost Place. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Vorne steht auch die Tür auf. Ich werde jetzt mal versuchen von der anderen Seite irgendwie rumzukommen oder hier irgendwie, aber der Fluss geht hier immer weiter. Tja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich bin mitten in der totalen Wildnis. Ich habe mich jetzt hier durch das Unterholz gekämpft, was gar nicht so einfach ist mit Kameratasche und allen Klimm-Bim und Helm noch dabei. Ihr hört auch wahrscheinlich, dass ich nicht weit von der Straße bin. Also das sind höchstens 20 Meter, aber es ist komplett zugewachsen. Also ich bin hier relativ unsichtbar und jetzt muss ich mal gucken, weil ich kann von hier da drüben Gebäudeteile sehen und wo auch Eingänge offen sind. Oh, Stacheln! Okay, da ist auf jeden Fall schon mal eine Halle und hier vorne scheint auch ein Weg zu gehen und da ist ein Eingang. Da vorne ist das Tor. Hier ist ein Weg. Das sagt mir aber keiner. Da steht mein Motorrad, falls ihr es hier seht. da so. Okay, wir schauen uns das mal an. Tja, ich glaube mit der Kamera, also Fotos, brauche ich ja nicht viel machen, weil hier ist viel zu dunkel. Aber hier scheint mir so von den Jugendlichen so eine Art Spielplatz halt zu sein. Dach kommt auch langsam runter. Was ist das hier? Eine Art Tour oder sowas? Schöne Holzkisten. Da drüben ist noch eine Halle. Die schauen wir uns mal an. Tja, ich habe das immer mal im Winter, wenn das hier nicht so zugewachsen ist, dann kann man das sogar beim Vorbeifahren von der Straße so, wenn man genau hinguckt, ein bisschen sehen. Jetzt im Sommer ist hier komplett zugewachsen. Hier geht es schon mal in die andere Halle. Ah ja. Okay. Oh, ganz schön groß. Schöne Halle eigentlich, ne? Schade drum. Sofa zum Ausruhen ist auch hier. Hier haben sich schon mal ein paar Leute ausgetobt, würde ich sagen. Hier ist die Decke runtergekommen. Hinten ist noch ein Schaltschrank. Und hier liegen Rum, Apfelsaft und Orangensaftetiketten. Kiloweise. Wie kommt sowas hier her? Kann das sein, dass das mal so eine Kälterei war hier oder so? Ich meine, die sind ja auch gefließt hier, die Seiten. Dass hier irgendwie Obst und Gemüse gelagert wurde. Und dass hier ja eben Apfelsaft oder Orangensaft rausgepresst wurde. Das sieht gar nicht schlecht aus. Schönes Graffiti. Findet man selten. Ich liebe übrigens solche Graffitis. Wenn sie gut gemacht sind, finde ich das richtig geil. Und hier, ganz ehrlich, stürzt kein Menschen. So was da ist natürlich allerletzte Pumpe. Das sind Idioten und Arschlöcher. Aber sowas hier hat was. Ja, wir gucken mal weiter. Hier drüben ist ein Wohnhaus. Das ist, könnte das, könnte das schon das Wohnhaus sein, was man von außen sieht. Nee, ich glaube nicht. Das ist ein Wohnhaus, das kenne ich noch nicht. So, ich habe jetzt Kameratasche und Helm mal hier in der Halle gelassen. Auch schon sehr eingestürzt, mit Vorsicht zu genießen. Also kann ich jetzt schon sagen, die zweite Etage können wir uns auf jeden Fall sparen. Weil aus solchen Decken laufe ich nicht lang. Das wird nichts. Mal sehen wir was, komm, mir liegt auch schon die halbe Decke unten. Tja, hier scheint es auch mal gebrennt zu haben. So von den Spuren her, da drüben liegt alles unten. Oh ja, hier hat es auch gebrannt. Okay. Ja, das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu helfen hier. Autobild, das gucken wir uns gleich mal an. Mal sehen, von wann die ist. Sehr cool eigentlich, ja. Hier steht noch ein Töpfchen, falls mal einer muss. Dann macht es jetzt sie bitte. Alter Kühlschrank. Aber hier ist auch alles sehr eingefallen. Also hier gehe ich mal nicht weiter. Hier ist noch eine Badewanne drinnen. Das sind ja seltsame Spuren, ne? Unheimlich. Okay, Wäscheleine. Tja, wir schauen mal hier drüben. Hier liegt noch eine Motorradstiefel, so wie das aussieht. Leise wie ein Indianer. Tja, leichte Feuchtigkeitsschäden. Und ansonsten, wie neu. Falls es reinregnet, hat man hier noch einen Eimer. Mit großer Spinne drinnen. Oh. Ach, hier ist das. Hier ist das die Spart. Da müsste hier ja der Raum mit den Dicks sein. Ja, genau. Hier liegen auch überall Orangensaft-Nektar-Dinger rum. Sehr komisch. Hier ist der Motorradstiefel. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, oder? So eine Art Cowboy-Stiefel, oder was immer das auch sein soll. 20. April 1996 ist die Autobild. So, wir kommen jetzt hier aus dem Haus raus. Ein kleiner Lost Place-Tipp. Wenn ich aus den Lost Places rauskomme und komme auf solche Wege hier, dann bin ich erstmal im Moment ganz still und gucke und lausche, ob ich auf wirklich noch alleine bin. Das ist ja seltsam. Seht ihr die Decke hier? So, geschwungen wie in der Kirche. Hätte ich jetzt hier nicht unbedingt erwartet. Mal gucken, ob wir hier drüben noch warten. Der Weg geht hier weiter. Wir haben tatsächlich Glück. Hier war mal so eine Art Elektro-Raum. Sieht auch nicht so ganz gesund aus. Kühlschränke. Alles sehr einsturzgefährdet. Hier würde noch eine Treppe hochgehen. Auf diesen Holzfußboden. Ich glaube nicht, dass ich mir das anfühle. Der Raum hat hier irgendwas. Irgendwie ist cool. Man sieht aber auch hier drüben ist schon wieder alles eingestürzt komplett. Hier sind so einzelne Räume, die noch stehen. Natürlich auch wieder komplett vermüllt, ist klar. Und hier haben wir dann Sachen, die schon komplett eingestürzt sind. Ja, diese Treppe hier werde ich mir jetzt sparen. Ne, das machen wir nicht. Weil... Oh, 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 oh. Leute. What the fuck ist das? Hä? Ein Stativ. Aber für was? Für was braucht man hier ein Stativ? Ich meine, viel filmen kannst du ja nicht. Ich werde ganz sicher nicht weiter nach vorne gehen. Naja gut, nicht wirklich weit. Ne, Leute, das ist mir zu heikel. Da geht es auch nicht wirklich weiter. Guck mal, die Räume. Die Räume stehen in der Luft. Hier ist ein ganzer Keller und da unten drunter. Das ist ja Hammer. So, wir sind wieder draußen und wie immer erstmal ganz vorsichtig. Hier aber auf jeden Fall einer einkaufen. Auch nicht schlecht. Da geht es noch weiter. Und ich glaube, da hinten ist noch was. Alte Ölkannen. Richtig alt. Hier geht es jetzt berghoch. Scheint mir wie so eine Einfahrt zu sein oder so. Oh, was haben wir denn hier? Okay, da gehe ich jetzt auch nicht rein. Aber das will ich mir natürlich nochmal genauer angucken. Ach, das ist nur ein Gang, der endet da hinten. Ja, so eine Art Kohlenkeller. Könnte fast ein Bunker sein. Hier sieht man das ganze Gebäude nochmal. Ich höre andauernd Geräusche. Es hört sich fast anders, wenn hier einer mit dem Fahrrad unterwegs ist. Wir bewegen uns mal lautlos weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Eieieiei. Das ist ja mal richtig groß. Guckt euch das an. Da sind überall noch Gebäudeteile. Hier sind teilweise schon Gebäude abgerissen. Wirklich groß. Da hinten sehe ich noch welche. Und jetzt stehe ich hier schon wieder vor so einer großen Halle. Wow. Für so groß habe ich es gar nicht gehalten. Also laut Google sah das gar nicht so groß aus. Wie gesagt, wir bewegen uns mal vorsichtig weiter. Alter Schwede. Wie kommst du denn hier her? Oh. Das hört sich sehr nah an. Nach Motorrad. Eieieieiei. Das nenne ich mal einen heißen Abschied. Sehr geil. Ich muss unbedingt gucken, dass ich hier irgendwas finde, wo ich rauskriege, was das mal war. Hier hat man sogar eine geile Aussicht. Nicht schlecht, Herr Specht. Tja, ich gehe mal weiter. Vom Auto konnte ich nichts mehr gebrauchen. Nicht wirklich. Wir schauen uns mal die andere Halle an. Auch sehr groß. Wow. Und natürlich auch wieder, wie so üblich, vermüllt. Oh, da kann man, glaube ich, nichts dran machen. Wundert mich eigentlich, dass hier so viel Müll ist, weil ich so schwer hierher gekommen bin. Ich habe mich schon gefragt, wie haben die denn das Auto hierher gekriegt? Hier muss es doch irgendwie noch eine andere Zufahrt geben. Weil dies da, das, wo ich lange gewinnt habe, nie im Leben, haben die da ein Auto durchgekriegt. Oder vor 30 Jahren. Sehr cool. Schauen wir uns mal weiter um. Tja, ich bin jetzt den Weg ein bisschen weiter gelaufen. Aber hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Hier vorne ist die Halle. Da hinten scheint es so ziemlich zu verwildern. Der Weg wächst auch jetzt so langsam zu. Ja, und ich werde mich jetzt langsam zurück in die eine Halle machen, damit ich meine Kameratasche und mein Helm noch wieder finde. Weil so langsam wird es nämlich eng hier. Es wird immer weitläufiger und immer weitläufiger. Und langsam muss ich aufpassen, dass ich dort noch weiß, wo ich bin. Sehr geil. Das soll jetzt eigentlich schon wieder gewesen sein. Bilder, weil ich hinten dran hänge, was ich jetzt noch schieße, ist ein bisschen schwer hier mit Bilderschießen, weil es ziemlich dunkel ist. Ja, ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, man sieht sich. Ja, ihr geht raus, geht in den Wald.